Hey, ich bin's, der Bartow. Ich bin Flip. Und heute in diesem Video stellen wir euch unser neues Schmuckstück hier in der Waffenkammer vor. Und zwar die M4 von Hera Arms. Hera Arms ist ein unterfränkischer Hersteller, der 2008 gegründet wurde und 2010 bereits den europäischen und US-amerikanischen Markt erobern konnte. Jawohl. So, ich erzähle euch ein bisschen zu dem Modell. Das ist hier einmal die M4-Variation mit dem originalen CQR Vorderschaft und Hinterschaft von Hera Arms. Das sind keine Replika, das ist komplett original. Ein sehr kompaktes Modell mit einer Länge von 70 cm und einem Gewicht von knapp über 3 kg. Darauf ist ein Side-Mark-Reflexvisier verbaut. Super für CQB-Events oder Szenarien, spielbar, beidhändig auf jeden Fall. Das Coole ist, wie beim Original auch, gesichert. Einmal Einzelschuss, auch Vollautomatik und nachladen. Super.